Liebe Interessierte an unserer Universität, an dem Jurastudium der Universität Bayreuth, ich darf mich sehr freuen, dass Sie auch an einem so warmen, schönen, heißen Sommertag hier die Zeit gefunden haben, mir und mit mir gemeinsam in den nächsten 30 bis 40 Minuten in das Zivilrecht zu folgen. Sie haben bereits eine Vorlesung zum Strafrecht gehört, Sie haben eine Vorlesung zum öffentlichen Recht gehört und Sie haben auch da schon die Diversität im Wesentlichen unseres Lehrpersonals und auch die Diversität unterschiedlicher Zugänge kennengelernt. Das ist etwas, was Jura sehr spannend macht. Ich möchte mit Ihnen heute in den nächsten 30 bis 40 Minuten eine kleine Einführung geben in das Zivilrecht und es geht letztendlich um das Privatrecht, das ist mein Kerngebiet. Man kann die Begriffe, wo wir durchaus unterscheiden können, wir werden sie heute gemeinsam behandeln. Es geht um Rechtsbeziehungen zwischen privaten Akteuren. Das ist das, was das zentrale Merkmal des Privatrechts ist. Wir behandeln Rechtsbeziehungen zwischen privaten Akteuren. Es geht also nicht im Verhältnis Bürger-Staat, so wie es im Strafrecht im Kern geht und im öffentlichen Recht, sondern wir behandeln die große Masse der Rechtsbeziehungen, die sie im Alltag, im Arbeitsleben, in Mietverhältnissen beispielsweise erleben. Ich möchte mich dem Privatrecht mit Ihnen gemeinsam in fünf Schritten annähern. Erstens werde ich Ihnen einen Fall präsentieren, weil ich Ihnen zeigen möchte, dass solche Fälle das Problem sind, mit dem wir diskutieren, das Instrument sind, mit dem wir zweitens das Problem, das juristische Problem sichtbar machen. Wir machen es einerseits sichtbar im Unterricht, aber gleichzeitig ist der Fall auch das Problem, das von außen an Jura herangetragen wird und wo letztendlich wir Juristinnen aufgefordert werden, hey, wir haben hier ein Problem, löst dieses Problem mal bitte für uns. Wenn wir dann das Problem identifiziert haben, und das ist ein Schwerpunkt des juristischen Herangehens, werden wir uns dem zweiten Schwerpunkt widmen, nämlich, welche Argumente gibt es, das Problem in der einen oder in der anderen Hinsicht zu lösen. Dann werden wir eine Lösung vorschlagen, die wir entwickelt haben, das ist nicht immer die einzig richtige, im Gegenteil, Sie werden fast nie die einzig richtige Lösung entwickeln, sondern es geht immer nur eine Lösung, die für den juristischen Kontext gut vertretbar ist. Und am Ende werde ich noch etwas kurz zur Aufgabe der Rechtswissenschaft sagen, in diesem Kontext. Fünf Punkte, und wir werden uns bei zwei und drei am intensivsten und am längsten auffallen. Ich habe Ihnen einen Fall mitgebracht, der durch die Medien ging. Hier einen Artikel aus dem Jahr 2020, wo das Ganze erstmal zum Bundesgerichtshof, BGH steht für Bundesgerichtshof, das ist das höchste deutsche Zivilgericht, die hier, dass hier diese Konstellationen, diese Konstellationen entscheidet. In dem Fall ging es, wie Sie hier sehen, um einen älteren Mann, ungefähr mein Alter, der war damals 44 Jahre alt und dieser Rechtsanwalt, der wollte in München ein Open-Air-Event besuchen. Was man halt so macht im Sommer, wenn es schön ist, ja. Dieses Open-Air-Event wird von der V veranstaltet. Wir haben also den R und die V, die Veranstalterin. Wie sieht dieses Open-Air-Event aus? Da legen 30 DJs elektronische Musik auf. 1500 Leute passen maximal rein, wie gesagt, das war noch vor Corona. Vorverkauf gab es nicht, sondern es gab nur eine Kasse, wo man die Tickets vor Ort erwerben konnte. Das Ticket konnte man auch erst kaufen, nachdem man durch die Personenkontrolle durch war. Es gab also die berühmt-berüchtigten Türsteher und erst wenn man da durchkam, konnte man bei der Kasse sich ein Ticket erwerben. Der 44-jährige R, der hat kein Ticket gekriegt. Er hat sich aufgeregt, hat gesagt, wieso, das geht doch gar nicht. Und dann hat die Veranstalterin gesagt, sorry, wir haben hier ein Veranstaltungskonzept mit unserem Open-Air-Event, das wir auf Besucherinnen im Alter zwischen 18 und 28 zuschneiden. Wir haben ja nur eine beschränkte Kapazität und wir wollen hier letztendlich eine relativ homogene Altersgruppe haben. Die jungen Leute sollen noch bitte unter sich feiern können. Und das wollen wir nicht negativ beeinflussen. Und deshalb soll jeder, der älter aussieht als 28, hier nicht mehr reinkommen. Das war jetzt die Grundkonstellation. Und dieser R fühlt sich hier diskriminiert. Erste Auffassung, das kann doch nicht sein. Hier hat man mir Unrecht angetan. Ich möchte dafür jetzt eine Entschädigung bekommen. Wir haben also einen sozialen Konflikt zwischen zwei privaten Akteuren. Dem R, der in das Open-Event rein möchte. Und die V, die sagt, nö, sorry, du kommst da nicht rein, weil wir nur solche Leute hier reinlassen, die hier tatsächlich unserem Konzept entsprechen. Und das heißt im Kern, wir wollen nur solche Leute haben, die altersmäßig da reinpassen, wo wir glauben, dass sie in das Konzept zwischen 18 und 28 reinpassen. Wie sieht die Konstellation jetzt also aus? Wir haben eine Kollision, einen Konflikt in der Gesellschaft zwischen zwei privaten Akteuren. Damit es jetzt nicht so ist, dass der R, wenn er jetzt sozusagen ein Sturmgewehr hätte, jetzt losmarschiert und sagt, die V, die hole ich mir jetzt. Das ist also nicht das rechte Stärkeren gilt. Haben wir uns im Rechtsstaat entschlossen, Konflikte mit Dritten zu regeln. Und es gibt eine ganze Reihe, wie Dritte hier tätig werden können. Einmal durch Vermittlung und Mediation, einmal durch Schlichtung oder Schiedsverfahren. Und schließlich, und darauf werden wir sie hier ausbilden im Jurastudium, schließlich, dass durch staatliche Gerichte dritte Personen, hier unsere Richterin, ein Urteil fällt und diesen Streit zwischen R und V löst. Und das ist vielleicht die wichtigste Funktion von Recht, insgesamt vom Privatrecht. Es geht darum, soziale Konflikte in der Umwelt des Rechts zu lösen. Genauso wie hier einen sozialen Konflikt zwischen R und V. Und da gibt es ganz viele, denken Sie an Mietrecht, jemand wird gekündigt, denken Sie daran, jemand wird an eine Arbeitsstelle gekündigt, Kündigungssituation von Arbeits- und Mietverträgen. Sie kaufen ein Reitpferd und dann stellt sich raus, dass dieses Pferd gestürzt war, was Ihnen die Verkäuferin nicht offenbart hat. Wir haben eine ganze Reihe von sozialen Konflikten, die hier relevant sein können. Und zentrale Aufgabe des Privatrechts ist es, Ihnen hier ein Instrument bereitzustellen, diese Konflikte zu lösen. Das muss man machen, indem das Recht sagt, wer soll denn diesen Konflikt lösen? Zuständigkeit. Wer ist zuständig, diesen Konflikt zu lösen? Das kann nicht jedermann machen, sondern das sind bestimmte staatliche Gerichte und da gibt es mehrere davon. Und da muss man wissen, welches Gericht an welchem Ort soll diesen Konflikt regeln? Dann muss das Recht auch entscheiden, nach welchem Verfahren soll dieser Konflikt geregelt werden. Das soll nicht willkürlich entschieden werden, sondern es bedarf bestimmter Verfahrensregeln, woran steht, wer muss Klage erheben, was muss in der Klage drinstehen, wie lange hat man Zeit, auf diese Klage zu erwidern, wann wird ein Gerichtstermin anberaumt. Das alles sind Verfahrensregeln. Und dann braucht die Richterin einen Entscheidungsmaßstab. Die Richterin braucht Konfliktlösungsinstrumente, dass sie nicht aus ihrer Willkür heraus, sondern dass sie nach Gesetz und Recht, wie es in Artikel 20 Grundgesetz steht, dass sie nach Gesetz und Recht entscheiden kann. Und diese Konstellationen, diese materiellen Regelungen zur Konfliktlösung, das ist das, was uns am meisten beschäftigen wird. Das ist das letztendlich auch, was sie am meisten im Jurastudium, jedenfalls was das Privatrecht betrifft, lernen werden. Das macht den ganz großen Kontext dieser Situationen aus. Wenn wir dann ein solches Urteil haben, weil die Richterin weiß, nach welcher Konstellation, nach welchen Regeln sie diesen Konflikt entscheiden muss, ergeht ein Urteil und dann muss sichergestellt werden, dass dieses Urteil auch befolgt wird. Wird es nicht freiwillig befolgt, muss die Rechtsordnung auch noch Regeln entwickeln, dass dieses Urteil zwangsvoll streckt werden kann, dass man also auch gegen den Willen einer Partei ein Urteil vorfolgend umsetzen kann. Wir konzentrieren uns nicht nur im Studium primär, sondern auch heute auf diesen dritten Punkt, den ich hier blau hervorgehoben habe. Uns geht es um die Regeln zur Lösung des Konflikts. Und wie sehen diese Regeln zur Lösung des Konflikts im Regelfall im Privatrecht aus? Wir regeln soziale Konflikte, indem einer Partei ein subjektives Recht zugewiesen wird, von der anderen Partei ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Gleichzeitig wird die andere Partei dadurch verpflichtet, diesem subjektiven Recht nachzukommen. Das ist hier die zentrale Konstellation, um die es hier geht. Zuweisung von subjektiven Rechten. Sie können sich also die Rechtsordnung vorstellen als einen teilweise geschriebenen, teilweise nicht abschließend geschriebenen Katalog von subjektiven Rechten, wo noch die eine Partei von der anderen Partei was verlangen kann. Konfliktlösung, hatte ich gesagt, ist die erste wichtige Aufgabe des Rechts. Und wir haben gesehen, das läuft über die Zuweisung von subjektiven Rechten. Wenn hier also unser R tatsächlich ein Recht auf Entschädigung bekommt, das nennen wir Juristen auch Anspruch, Wenn also R einen Anspruch darauf bekommt, entschädigt zu werden, dann ist dieser Konflikt erst mal zwischen den Parteien gelöst. Aber durch diese Entscheidung, dass R einen Anspruch auf Entschädigung bekommt, wird gleichzeitig eine zweite Aufgabe des Rechts aktiviert, nämlich Verhaltenssteuern zu wirken. Die Veranstalterin V und jede andere Veranstalterin in einer vergleichbaren Position wird sich in der Zukunft, wenn sie vor derselben Entscheidung steht, so ist die Idee, wird sie wissen, Moment, wenn ich da jemanden nicht reinlasse, dann muss ich dafür Entschädigung zahlen. Und das ist möglicherweise, es kostet mich mehr, als die Leute reinzulassen. Also lasse ich sie lieber rein. Diese Konfliktregelung, Lösung im Einzelfall, hat immer auch, und das ist das moderne Verständnis des deutschen Privatrechts, hat immer auch eine verhaltenssteuernde Wirkung. Wir wollen dadurch Anreize setzen, damit sich die privaten Akteure normgerecht verhalten. Wenn also, und das ist ganz klar an der Stelle noch, ob unser R einen solchen Anspruch hat, wissen wir noch nicht. Wenn er ihn aber hat, wenn, dann bedeutet das, dass das Privatrecht das Signal ausstrahlt, liebe Partyveranstalter, ihr könnt hier nicht mehr ohne weiteres nach dem Alter diskriminieren, und wenn er das doch tut, müsst ihr Entschädigung zahlen. Dann werden sich rational handelnde Akteure normgemäß verhalten, weil es für sie günstiger kommt, als die Entschädigung zu bezahlen. Dadurch ermöglicht das Recht auch Verhaltenssteuerung. Jetzt steht immer noch nicht klar, ja nach welchen Regeln soll denn unsere Richterin diesen Konflikt entscheiden? Woher weiß sie denn, ob unsere Veranstalterin frei entscheiden darf, wen sie da reinlässt und nicht, oder ob unser R hier diskriminiert wurde und deshalb einen Anspruch auf Entschädigung hat? Diese Information teilt ihr erstens das bürgerliche Gesetzbuch mit und zweitens, das ist auch hier abgedruckt, das sogenannte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Die Richterin stützt sich also, so wie es in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz steht, auf Gesetz und Recht. Sie benutzt also Rechtsnormen, die vom Gesetzgeber erlassen wurden. Diese Rechtsnormen muss sie auf diesen konkreten Sachverhalt anwenden und wir werden sehen, dass das nicht eine schematische Anwendung ist, sondern dass das mit eigener Verantwortung der Richterin einhergeht. Das ist unser Fall und der Kontext. Und jetzt schauen wir uns das ganz konkrete Problem etwas näher an. Welches Problem wird unsere Richterin haben, um diesen Fall zu lösen? Welches Problem hätten sie, wenn sie diesen Fall im ersten Semester in einer Klausur bekommen würden? Sie bekommen in einem Fall, in einer Klausur oder in einem Übungsfall, diesen Sachverhalt geschildert und dann steht die Frage, hat der R einen Anspruch auf Entschädigung? Das ist die Frage, die Sie positiv beantworten müssen. Wie gehen Sie da vor? Und Sie werden im ersten Semester in der Vorlesung BGB Allgemeiner Teil etwas lernen, was mit dem Grundsatz der Privatautonomie zu tun hat. Das ist ein zentrales Grundprinzip des deutschen Privatrechts. Ja, man kann sogar sagen, es ist als Grundprinzip, mit Modifikationen abgesehen, als Grundprinzip eigentlich ein zentrales Grundprinzip jeder, jeder Privatrechtsordnung. Das bedeutet, dass die Rechtssubjekte, das sind alle Personen, wir hier sind alles natürliche Personen, Menschen als Fleisch und Blut, aber es gibt, das wissen Sie, auch sowas wie juristische Personen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH, Aktiengesellschaften, das sind juristische Personen. Jede Person, sei es natürliche, so wie wir, oder juristische Person, hat grundsätzlich die Freiheit, ihre Rechtsverhältnisse so zu gestalten, wie sie es möchte. Das ist nicht nur ein zentrales Prinzip des Privatrechts, sondern das ist auch ein zentrales Prinzip für Marktwirtschaft und Wettbewerb. Nur dadurch funktionieren Marktwirtschaft und Wettbewerb, dass ich als Kunde zu unterschiedlichen Anbietern gehen kann und dass auch bestimmte Anbieter auswählen können und sagen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Auto kaufen möchte auf Ratenkredit, dann könnte sich die Anbieterin überlegen, ist der Herr Grünberger solvent genug oder nicht? Und dann schaut man mal rein und dann entscheidet sie, na das Risiko ist mir vielleicht zu groß, mit dem möchte ich jetzt keinen Ratenkreditvertrag schließen. Also das Grundprinzip von Markt und Wettbewerb ist die Freiheit der einzelnen Akteure selbst zu bestimmen, ob und mit wem sie in rechtliche Beziehungen eintreten. Ein Unterfall dieses Grundprinzips ist die Vertragsfreiheit. Dadurch wird die private Autonomie konkretisiert. Was bedeutet das? Vertragsfreiheit bedeutet, und das ist wiederum ein allgemeines, nicht im Gesetz ausdrücklich niedergeschriebenes, aber vom Gesetz vorausgesetztes Rechtsprinzip, wonach alle Rechtssubjekte, wie gesagt Personen, natürliche Personen so wie wir, frei entscheiden können, ob sie einen Vertrag eingehen möchten oder nicht. Niemand kann sie zwingen, einen Kaufvertrag über einen Fahrrad zu schließen oder nicht. Sie entscheiden darüber, ob sie einen solchen Vertrag schließen oder nicht. Zweitens, mit wem der Vertrag abgeschlossen werden soll und drittens, mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen werden soll. Und dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, die uns aber heute nicht interessieren. Das ist ein zentrales Grundprinzip des Privatrechts. Das lernen Sie sehr schnell im ersten Semester, in den ersten Wochen schon des ersten Semesters. Und dann könnte man sagen, ja super, dann habe ich den Fall doch gelöst. Die Vertragsfreiheit ist die Lösung. Wenn Vertragsfreiheit gilt, dann kann die V als Veranstalterin selbst entscheiden, ob sie mit dem R einen Vertrag schließen möchte, wonach der R in das Open Air Event reinkommt oder nicht. Vertragsfreiheit ist die Lösung. Der Fall ist gelöst. Was soll sich der R aufregen? Der soll halt dann, Wettbewerb und Markt, der soll halt dann zu einer Ü30-Disco gehen. Die gibt es ja, da sollen halt die alten Leute hin, in die Ü30-Disco. Also ist ja kein Problem, Markt und Wettbewerb klärt alles. Und an der Stelle werden Sie sehr schnell im Jurastudio merken, nein, die private Autonomie ist nicht absolut. Sie ist nicht der Schlüssel, mit der Sie alles lösen können. Das ist ein wichtiges Grundprinzip, aber es gibt genauso wichtige Begrenzungen. Beispielsweise soziales Mietrecht, beispielsweise Arbeitsrecht, beispielsweise Verbraucherrecht. und das werden wir gleich noch sehen, Gleichbehandlungsrecht. Es gibt also zentrale alternativen Prinzipien im Privatrecht, die die private Autonomie einschränken. Private Autonomie und Vertragsfreiheit ist also immer eine rechtlich begrenzte Freiheit. Der Fall ist also nicht gelöst, sondern wir müssen wieder zurück, weil wir gesehen haben, okay, Vertragsfreiheit ist ein Prinzip, aber es gibt Einschränkungen. Und eine Einschränkung, die wir uns jetzt genauer anschauen, sind Diskriminierungsverbote. Und die Frage, die hier fallentscheidend ist, und das ist das zentrale Problem des Falls, greift hier zugunsten unseres R's ein Nichtdiskriminierungsverbot ein. Kann sich der R auf ein Diskriminierungsverbot stützen. Und das ist das zentrale juristische Problem. Wir müssen jetzt also hier im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das lernen Sie auch im Studium, bestimmte Gesetze, wo was nachzuschauen ist. Sie werden im Laufe Ihres Lebens, wenn Sie als Juristin tätig werden, sehr viel mehr Rechtsnormen kennen, als Sie jemals im Studium kennengelernt haben. Wir lernen im Studium und operieren im Studium exemplarisch, an zentralen Prinzipien, an zentralen Rechtsnormen, an zentralen Gesetzbüchern, um Ihnen Methodik und Zugang zu zeigen. Wir zeigen Ihnen natürlich nicht die ganzen Gesetze, das sind viel zu viele. Das muss man sich auch nicht alles merken, da gibt es ja entweder früher dicke Bücher, aber heutzutage elektronische Datenbanken auch im Internet, Gesetze minus internet.de. Da finden Sie alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene verankert. Wir wissen also jetzt, es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da könnte vielleicht sowas drinstehen. Wie geht das Problem jetzt also weiter? Und jetzt zeige ich Ihnen ein bisschen, wie wir juristisch argumentieren und was wir versuchen, Ihnen im Studium beizubringen. Denken Sie nochmal zurück. Der R sagt, ich bin diskriminiert worden, ich will Entschädigung. Er will also Entschädigung. Das ist die Klage, die er einreicht beim Gericht. Das ist die Frage, die Sie in der Klausur bekommen würden. Hat er Anspruch auf Entschädigung? Das ist die Frage, die wir entscheiden müssen. Wir müssen jetzt also eine Rechtsnorm suchen. Denken Sie daran, wir können nur nach Gesetz und Recht entscheiden. Wir brauchen also eine Rechtsnorm, die als Rechtsfolge anordnet, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, dann bekommt man Anspruch auf Entschädigung. Wir suchen also nach einer solchen Rechtsfolge, die genau Anspruch auf eine Entschädigung gibt. Im Studium lernen Sie eine Reihe von Rechtsnormen kennen. Je mehr Sie kennen, desto schneller sind Sie bei der Beantwortung dieser Fallfrage. Unsere Aufgabe als Dozierin ist es, sie heranzuführen und Ihnen die wichtigsten dieser Rechtsnormen in der Vorlesung, in PÜs, in Tutorien, im Selbstlernstudium, wo wir sie unterstützen, mitzuteilen. Sie suchen also eine Rechtsnorm, die angemessene Entschädigung gewährt. Und jetzt wissen wir schon, es könnte was im AGG sein und dann schlagen wir nach und finden tatsächlich den Paragrafen 21 AGG Absatz 2, Normen haben häufig mehrere Absätze, im Einkommensteuerrecht sind sie manchmal auch ganz furchtbar lang. Sie haben also hier mehrere Absätze und wenn Sie das lesen, scannen Sie ein bisschen, da steht drin, bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet, aha, wenn der eine verpflichtet ist, dann hat der andere Recht, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Jetzt ist Schaden hier gemeint als Beziehungsweise dem ist dadurch ein Vermögensschaden entstanden, in dem Fall nicht sehr naheliegend. Der sagt ja, nach Vermögen habe ich da jetzt nichts aufgewendet. Wir könnten hier deshalb auf Satz 3 gehen. Wegen wegen eines Schadens der nicht Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Aha, jetzt wissen wir also, der R kann eine angemessene Entschädigung verlangen, R ist Benachteiligter, er kann angemessene Entschädigung verlangen, wenn das Benachteiligungsverbot verletzt ist. Jetzt haben wir also unsere Rechtsfolge gefunden, unsere Rechtsfolge heißt also, ja, er hat Anspruch auf Entschädigung, wenn ein bestimmter Tatbestand vorliegt. Es muss also ein Tatbestand vorliegen, nämlich Verletzung des Benachteiligungsverbots. Jetzt müssen wir also weitergehen und sagen, liegt dieser Tatbestand auch tatsächlich vor? Weil nur dann greift die Rechtsfolge ein. Jetzt schauen wir uns das ein bisschen an, wann dieser Tatbestand vorliegt. Wir haben gerade gesehen, unsere Rechtsgrundlage, Anspruchsgrundlage ist Paragraf 21 AGG. Wir bleiben also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und da haben wir einen Abschnitt, der heißt Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr. Und wenn wir den anschauen, da steht Paragraf 19 drin und dann steht zivilrechtliches Benachteiligungsverbot. Aha, jetzt wissen Sie, im 21 steht drin, wer das Benachteiligungsverbot verletzt und jetzt finden wir die Überschrift zivilrechtliches Benachteiligungsverbot. Jetzt wissen wir also, um das geht es. Wer gegen dieses Verbot hier verstößt, schauen wir uns das mal genauer an und dann sehen wir eine Benachteiligung aus Gründen der und jetzt kommen ein paar Merkkategorien, die nicht so relevant sind, aber Sie sehen sofort, des Alters und dann lesen Sie um weiter, ist unzulässig. Eine Benachteiligung aus Gründen des Alters bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse ist unzulässig. Das scheint jetzt super zu passen. Der wollte einen Vertrag schließen, das ist die Begründung eines zivilrechtlichen Schuldverhältnisses, den haben Sie nicht reingelassen, weil er wegen Ihres Alters wegen seines Alters greift das ein. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter schauen, weil da drin steht Benachteiligung. Was bedeutet denn Benachteiligung? Das regelt das Gesetz an einer anderen Stelle. Und da sehen Sie schon, wie Gesetze operieren. Sie operieren mit Begriffen, die auf andere Begriffe in dem Gesetz oder auf andere Begriffe in der Rechtsordnung verweisen. Und in § 3 Absatz 1 wird definiert, was Benachteiligung heißt. Das liegt dann vor, wenn eine Person wegen eines in 1 und weil er 19 drauf verweist, auch eines in 19 genannten Grundes, eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt. Naja, die jungen Leute sind reingekommen, der R ist nicht reingekommen. Mit den jungen Leuten hat die V einen Vertrag abgeschlossen, mit dem R hat sie einen Vertragsabschluss abgelehnt. Die waren beide in der vergleichbaren Situation, weil sie beide den Vertragsschluss begehrt haben. Die einen haben ihn gekriegt, die anderen nicht gekriegt. Eine Benachteiligung liegt vor. Die liegt auch vor, weil der R aufgrund seines Alters ungleich behandelt wurde. Hat man ihm ja gesagt. Nur 18 bis 28 Leute, die älter ausschauen, sollen nicht reinkommen. Er ist also genau wegen des Alters benachteiligt worden. Das scheint also dafür zu sprechen, dass hier ein Verstoß gegen das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot vorliegt. Dass also unsere Frau zahlen muss. Nein, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen erstmal eine Stufe weiter denken. eine Stufe weiter heißt, Moment, im Paragraf 20 des AGG steht drinnen, und Sie sehen, da müssen Sie eine Stufe weiter denken, dass in bestimmten Konstellationen keine Verletzung des Benachteiligungsverbots nach 19 gegeben ist, wenn für eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters ein sachlicher Grund vorliegt. Wenn es also einen sachlichen Grund gibt, dann ist unsere V gerechtfertigt. Dann hat sie zwar den Wortlaut des Paragraf 19 verletzt, aber sie ist gerechtfertigt. Wir fassen also erstmal zusammen, Rechtsfolge angemessene Entschädigung verweist auf den Tatbestand Verletzung des Benachteiligungsverbots. Was bedeutet das? Eine nicht zurechtfertigende Verletzung von Paragraf 19 1. Wenn wir jetzt so weit sind, können wir sagen, okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht es denn aus, 19 1 liegt vor, können wir über 20 diskutieren. Und an der Stelle wird es wieder eine Spur komplizierter. Warum? Weil wir nicht in jedem Fall ein Diskriminierungsverbot haben möchten. Es gibt Bereiche, wo wir sagen, hier soll die private Autonomie herrschen, hier soll kein Diskriminierungsverbot herrschen. Weil wir enge Konstellationen haben, vor allem private Nähebeziehungen, das scheint es vielleicht nicht hilfreich und nicht zumutbar zu sein, wenn ich eine Partei zwinge, mit jemandem zu kontrahieren, mit der sie absolut nicht kontrahieren, einen Vertrag abschließen möchte. Also gibt es Beschränkungen des Anwendungsbereichs. Wir müssen also noch mal zurück. Und ich habe Ihnen vorhin etwas vorenthalten. Ich habe Ihnen vorenthalten, der Paragraf 19, den habe ich Ihnen nicht ganz gezeigt. Ich habe diese Sachen ausgelassen. Denn nicht jedes Schuldverhältnis hat ein Diskriminierungsverbot, sondern nur solche, wie es Nummer 1, das ist für uns die zentrale Variante, die Nummer 1 hat. Wir haben also hier eine sogenannte Anwendungsvoraussetzung. Und das ist das Hot Topic in unserem Fall. Liegen diese Voraussetzungen vor? Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, greift das Diskriminierungsverbot. Nur dann, wenn entweder der Vertragsschluss typischerweise ohne Ansehen der Person kommt, Massengeschäft, oder wenn es ein Vertrag ist, wo das Ansehen der Person nachrangig ist. Nur dann greiften in unserem Fall Diskriminierungsverbote ein. Und genau diese Konstellation ist bei uns das Problem. Wir müssen uns, und das ist die Aufgabe für Sie in einer Klausur und für die Richterin das zu entscheiden. Und jetzt habe ich sehr viele Schritte gebraucht, um dorthin zu kommen. Und genau das ist aber auch Ihre Aufgabe. Nicht sofort auf das Problem zu stürzen, sondern tatsächlich Schritt für Schritt vorarbeiten und sagen, ja, Anspruchsgrundlage 21, Verletzung des Diskriminierungsverbots, das ist in Paragraf 19, das könnte hier vorliegen, aber das Problem, was wir haben, ist dieser Paragraf 19, Absatz 1, Nummer 1. liegt liegt hier der Anwendungsbereich vor, hat hier also die V ein Massengeschäft abgeschlossen oder das ist die zweite Variante ein massengeschäftsähnliches Rechtsgeschäft. Das ist das Problem des Falles. Jetzt kommen wir zu den Argumenten. Der Bundesgerichtshof, das ist das Bild des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe, dort sitzt ein Teil des Bundesgerichtshofs drinnen, sehr schönes Gebäude, sollten Sie im Laufe Ihres Studiums mal besuchen gehen, das bieten wir regelmäßig auch an, solche Fahrten zum Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat im Mai über diesen Fall entschieden, hat also ein Urteil gesprochen und das Urteil des Bundesgerichtshofs hat gesagt, nein, es liegt erstens kein Massengeschäft vor. Warum? Bei so einer Partyveranstaltung, da kommt schon drauf an, wie jemand ausschaut, wie jemand angezogen ist, wie sich jemand verhält. Da kommt das auf die individuellen Umstände an. Die V wollte eben nicht mit jedermann abschließen und gerade nach der üblichen Verkehrssitte, nach dem, wie es in der Partybranche zugeht, da muss man differenzieren, bei Partys kommt es ganz scheinnd drauf an, dass ich Partys für eine bestimmte Abnehmergruppe habe. Und eine Party, elektronische Musik zwischen 18 und 28 ist ein völlig anderes Feeling, so der Bundesgerichtshof, als wenn da Leute drin sind, die deutlich älter sind. Aus diesem Grund kommt es hier anders als bei Freizeitangeboten im Vorverkauf. Wenn Sie also Konzertkarten kaufen für eine Tour von Dua Lipa beispielsweise und Sie das im Vorverkauf verwerben, dann kommen Sie da ohne weiteres rein. Da gilt das nicht, weil das ist es dem Veranstalter egal wer reinkommt, da haben es auch viele Leute. Aber hier gab es eben gar keinen freien Vorverkauf. Dieses Party-Event, das nicht mit freien Vorverkauf operiert, ist nicht ein Fall eines Massengeschäfts. Und dann haben wir aber gesehen, der § 19 Absatz hat zwei Varianten. Vielleicht ist es ein ähnliches Geschäft. Und dann sagt der Ja, nein, dem Ansehen der Person, also dem Alter, kommt hier eine zentrale Bedeutung zu, weil die V sich nur an bestimmte, nach persönlichen Merkmalen definierte Personengruppe richtet und sie akzeptiert auch nur solche, die in diese Kategorie reinfallen. Und diese individuelle Auswahl, die war im Veranstaltungsrezept angelegen, das hat sie auch durchgeführt und durch Einlasskontrollen sichergestellt. Und wenn man schon so ein Anlass, so ein ganzes Konzept macht, dass man Leute auswählt, die da reinpassen ins Konzept und diejenigen, die nicht reinpassen, die bleiben draußen, dann muss man das halt akzeptieren. Hier ist das etwas, was so der Bundesgerichtshof wieder von der Privatautonomie geprägt ist. Wenn nämlich keiner dieser zwei Fälle vorliegt, gilt wieder die Privatautonomie. Die Einschränkung greift nicht. Das müssen sie sich aber wirklich auf das zugehen lassen. Die Willenentscheidung ist hinzunehmen, nach bestimmten Kriterien auszuentwickeln, auch wenn es die Merkmale des Paragraf 19 betrifft. Seriously? Stellen Sie sich mal vor, die Türsteher haben gesagt, nö, eine Frau kommt da nicht rein, wir haben schon genug Frauen drin. Oder, nö, Männer kommen nicht rein, wir haben schon genug Männer drin. Oder, stellen Sie sich vor, ich wäre mit meinem Ehemann dort gewesen und wir wollten da rein und Altersmäßig, mein Mann wäre wahrscheinlich noch durchgegangen, weil er jünger aussieht, als er ist, den hätten Sie Altersmäßig reingelassen, aber, nee, Schwule wollen wir heute hier nicht drin haben. Ja, kann das ernst sein? Kann der BGH das wirklich ernsthaft meinen? Ich glaube, dass die Entscheidung falsch ist an der Stelle. Und das ist wichtig, dass wir als Juristinnen und Juristinnen uns nicht zufrieden geben mit der Entscheidung eines Gerichts, sondern dass wir nachhaken, nachbohren, die Entscheidung kritisieren, infrage stellen, um möglicherweise im nächsten Fall besser zu entscheiden. Die Frage, die sich uns stellt, wie viel rechtliche Gleichheit braucht man denn, um wirklich gleich frei zu sein? Schauen wir uns nämlich mal ein bisschen die Statistik an. Es gibt eine, hier haben Sie eine Statistik, 2017 ist ein bisschen älter, aber das ist die aktuellste in dieser Breite. Und da wurden insgesamt 1000 Leute befragt und sie sehen, dass insgesamt 14 18,8% der Befragten in ihrem Leben schon Diskriminierungen aufgrund des Alters erfahren haben. Die anderen Verteilungen können sich auch anscheinend, Diskriminierung ist ein soziales Phänomen, das gibt es, das lässt sich nicht wegdeuten. Was der Bundesgerichtshof hier gemacht hat, war, naja, wenn ich ein Konzept mit Türstehern aufstehe und ich lasse die Leute nur rein, die mir ins Konzept passen, dann kann ich diskriminieren, wie ich möchte. Das ist hinzunehmen. Egal ob Geschlecht, egal ob Alter, egal ob Behinderung, für ethnische Herkunft und rassistische Gründe gilt das nicht, das hat mit Unionsrecht zu tun und mit Europa, Europa verbietet uns das, auf jeden Fall, da kommt das darf man nicht machen, aber für alles andere, nach der Auffassung des BGH, ja. Ich habe in meinem, als ich ein dickes Buch geschrieben habe, um Professor zu werden, das ist ein sehr dickes Buch geworden, habe ich diesen Fall schon vorweg geahnt und habe hier meine Gegenargumente gebracht und habe gesagt, nein, Differenzierungen, das Alter ist ein Merkmal, das darf im Grundsatz nicht relevant sein für Auswahlentscheidungen. § 19 AGG sagt, die Kategorien, die dort vorhanden sind, die sind grundsätzlich suspekt, die wollen wir eigentlich nicht, dass danach differenziert wird und wenn danach differenziert wird, dann bitte auf der Ebene der Rechtfertigung, weil möglicherweise ist es ein Unterschied, ob ich jemanden nicht reinlasse, weil ich ein Alterskonzept habe und eine Party haben möchte, die nur zwischen 18 und 28 ist oder weil ich jemanden nicht reinlasse, weil sie Frau, Mann oder schwul ist oder behindert, das macht vielleicht in der Wertung einen Unterschied. Beim Alter kann man immerhin noch sagen, naja, das kann man sich schon vorstellen, möglicherweise möchte man hier eben tatsächlich ein bestimmtes Feeling haben, dass die jungen Leute unter sich sind und dass nicht irgendwelche Eltern Leute noch dazukommen und möglicherweise auch irgendwie sich nicht wirklich passend benehmen oder die jungen Mädels anmachen oder whatever, einen Safe Space für Jugendliche schaffen. Kann man begründen, hört sich nicht mal schlecht an. Aber was der BGH gemacht hat, war, nee, 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 nee. Wir hören schon am Anfang auf, wir müssen gar nichts begründen, sondern in solchen Konstellationen kann die Veranstalterin bis auf rassistische Gründe und Gründe der ethnischen Herkunft machen, was sie möchte. Alles andere ist total für sie erlaubt, sie muss sich nicht mal rechtfertigen. Das überzeugt mich nicht. Und weil es mich nicht überzeugt, werde ich jetzt einen kleinen Aufsatz dazu schreiben, wo ich versuche, die Entscheidung dieses Gericht, des Bundesgerichtshofs zu kritisieren, weil ich hoffe, dass Richterinnen und Richter in Deutschland, die ähnliche Fälle entscheiden, es besser machen als der Bundesgerichtshof, weil ich hoffe, dass sie als Studierende, wenn sie später dann Richterin werden, es besser machen werden. Wie würde ich also diesen Fall entscheiden? Und wie gesagt, das ist mein Vorschlag, Sie können in einer Klausur beide Lösungen vertreten, es gibt keine richtige. Es gibt nur Entscheidungen, die mich oder Sie oder andere mehr überzeugen. Die Frage ist also, kann er eine angemessene Entschädigung verlangen? Das ist unser Ausgangspunkt. Wir haben die Anspruchsgrundlage gefunden, wir suchen also nach Anspruchsgrundlagen im Privatrecht, das ist unser Paragraf 21 Absatz 2 Satz 3. Wir haben dann gesehen, dass als Voraussetzung ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot zählt. Wir haben dann gesehen, das haben wir nicht behandelt, eine bestimmte zusätzliche Voraussetzung, die habe ich rausgelassen. Wir müssen dann schauen, ist das überhaupt anwendbar, Massengeschäft, dass bei einer Party es schon ein bisschen darauf ankommt, wer da ist, das leuchtet ein. Da hat der Bundesgerichtshof wahrscheinlich recht. Das ist kein anonymes Massengeschäft. Aber massengeschäftsähnlich ist es schon meines Erachtens. Auch hier geht es darum, dass ich eine ganze Reihe von Leuten reinlasse, um deren Persönlichkeit etc. es mir nicht geht. Ich lasse eine ganze Reihe von Leuten rein. Also ich glaube, dass der Anwendungsbereich eröffnet ist. Wir haben dann auch ganz klar eine Benachteiligung, weil ihm das Ticket nicht verkauft wurde, wegen seines Alters, während allen anderen Jüngeren das Ticket verkauft wurde. Das ist hier auch eine Diskriminierungskategorie, die relevant ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich anfangen würde zu diskutieren, wo ich sagen würde, vielleicht ist im Ergebnis, im Ergebnis die Entscheidung des BGH für diesen Fall auch nicht falsch. Weil ich schon vorstellen kann, bestimmtes Konzept für Partys sind nicht für alle gleich geeignet. Und dann soll man, Blick, Markt und Wettbewerb, soll man bestimmte Konzepte haben, wenn man das halbes gut begründen kann. Aber die Tatsache beispielsweise zu sagen, nee, wir haben hier schon, wir haben hier schon bei 1500 Leuten, wir haben erst 500 Mädels, aber wir haben schon fast 1000 Jungs, da sind zu viele Männer drin, das scheint mir kein relevantes Kriterium zu sein, weil es eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist, weil an allen Männern alles mögliche unterstellt wird. Das dürfen wir meines Rachtens nicht machen. Also das würde ich hier lösen, an der Stelle, sodass ich am Ergebnis, am Ergebnis würde ich genauso wie der BGH entscheiden, nee, lieber Rechtsanwalt, du kriegst kein Geld. Aber nicht, weil du diskriminierst, weil du, weil schon kein Massengeschäft vorlag, sondern weil sich die Veranstalterin mit ihrem Veranstaltungskonzept rechtfertigen konnte. Selbes Ergebnis, unterschiedliche Argumente. Und das soll Ihnen auch zeigen, dass es in Jura, jedenfalls im Privatrecht, auf die Argumente ankommt. Das ist das, was zählt. Ich komme zum letzten Punkt. Sie studieren oder möchten vielleicht Rechtswissenschaft studieren. Die Rechtswissenschaft ist ein etwas komisches Studium, das werden Sie relativ schnell feststellen. Wir werden einerseits immer mit Fällen und mit praktisch relevanten Problemen zu tun haben, aber wir haben, und das sollte Ihnen diese kleine Vorlesung auch zeigen, wir sollten etwas tun, was der Wissenschaftsrat, das ist eine Wissenschaftsorganisation, die hat das vor neun Jahren einmal in einem Beitrag geschrieben. Die Rechtswissenschaft hat die Aufgabe, das Recht in seiner spezifischen Eigenart als zentrales Steuerungsmedium, denken Sie daran, Verhaltensteuerung, der Gesellschaft zu reflektieren. Also es nicht hinzunehmen, sie nicht nur auszubilden, wie ein Fall vom BGH entschieden worden ist, damit sie denselben Fall machen können. Das könnten Sie in der FH möglicherweise besser machen. Was wir wollen ist, wir wollen sie kritisch in die Lage zu versetzen, wie es hier heißt, das Recht gegenüber Markt, Politik, Moral, Religion und anderen sozialen Subsystemen kritisch, korrigierend eingreifen kann. Dass wir die Entscheidung hier in unserem Partyfall, naja, dann soll die Partyveranstalter reinlassen, wen und wie sie möchte, ist ja ihrs. Dass wir da mal sagen, Moment mal, so einfach kann es nicht sein. Wir haben Werte in unserer Rechtsordnung, die ebenfalls berücksichtigt werden und wir müssen hier, das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe der Rechtswissenschaft, kontinuierlich daran arbeiten, dass diese Werte, dass diese enormen niedergelegten Werte auch in den anderen Sozialsystemen Anklang finden, eingehalten werden und damit wir hier die zentralen Weichenstellungen, wie wollen wir in einer freien Gesellschaft und der gleichen Leben auch tatsächlich einhalten können. Das ist ein Ausblick auf eine Funktion von Rechtswissenschaft, die der Grund ist, warum wir sowas an einer Universität unterrichten und nicht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, weil wir keine Rechtskunde betreiben, sondern Rechtswissenschaft. Mit diesen Worten bedarf ich mich bei Ihnen für diese Aufmerksamkeit in den letzten knapp gut 40 Minuten bedanken. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Spaß auf Jura allgemein und auf Zivilrecht im Besonderen machen konnte und ich hoffe, dass ich Sie im Wintersemester hier in Bayreuth begrüßen kann. Vielen Dank.